Hey Freunde, Quick-Tipp. Heute im Self-Film-Modus, weil die Kerstin ist nicht da, die ist in Texas und mein Kameramann hat mir mitgeteilt, der fährt einen Urlaub. Es geht heute um wasserscheue Pferde. Und zwar haben wir Stutte da, die ist extrem wasserscheu. Und warum habe ich diesen Heusack dabei, kann ich euch zeigen. Die kriegt jetzt von mir einen Heusack und die geht dann in den Roundpen, weil der Roundpen steht super unter Wasser. Das heißt, ihr möchtet sie fressen, solltet sie besser den Weg suchen zum Heu und ich bin mir sicher, sie findet ihn. So, Pferdchen ist zur Stelle und schauen wir mal, ob das Heu findet. So, ich lasse die kleine Maus jetzt da herinnen. Eine Stunde, zwei, vielleicht drei und dann schauen wir, inwieweit sie sich beruhigt und wann sie anfangen zu fressen. Jetzt habe ich ein paar Stunden gewartet und siehe da, meine kleine Maus geht ohne Murren zwar nicht begeistert, aber doch ins Wasser. Ohne dass ich auch nur fünf Minuten arbeiten habe müssen. Erhebe. Okay. Musik Bis zum nächsten Mal.